Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 4,6 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, ich habe für meine 14-jährige Tochter einen Rücksack gesucht, der groß genug ist, um die ganzen Schulbücher zu verstauen und auch robust ist, falls er mal in irgendeiner Ecke landet. Erster Eindruck, super Verarbeitung, tolle Gräs, alles passt wunderbar rein. Zwei kleine Mankos nach einigen Monaten der Nutzung, die Reißverschlüsse haken öfters, am besten man positioniert sie mittig und eine weitere Unterteilung im Innenraum wäre nicht schlecht. Aber das ist Geschmackssache. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung.